Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal wieder nicht aus der Küche direkt, sondern ich habe wieder ein kleines Interview oder Gespräch vielmehr. Interview wäre jetzt zu gezielt. Ich habe einen Gast da und den kennt ihr ganz sicher irgendwoher. Der ist euch bestimmt schon mal zumindest in euren Ohren begegnet. Entweder im Radio, denn er ist Radiojournalist. Radio, das muss man vielleicht erklären, das ist so ähnlich wie Podcast, nur ohne Internet. Ah, Patpief, Patpief, nein. Und in Podcast natürlich auch. Da ist er mir zum ersten Mal begegnet im Radio-Rollenspiel im Jahr 2015. Das fand ich super, das hat er mit initiiert. Und aber auch als Moderator vom Chaos-Radio, was ja so ein Mittelding zwischen Radio und Podcast ist, aber auch in der Weisheit und vielen, vielen mehr. Also ich habe jetzt nicht alle Projekte aufgezählt, sonst wären wir hier noch länger unterwegs. Aber in der Weisheit hat der Markus Richter, den ich jetzt mal namentlich auch vorstellen möchte, gesagt, dass er auch gerne in anderen Podcasts mal dabei sein würde. Und da habe ich ihn direkt mal hier eingeladen. Hallo Markus. Hallo. Genau. Und er durfte sich Themen aussuchen. Ich wollte ihn da jetzt nicht zu Themen befragen. Warte, warte. Ich muss das jetzt sagen. Du hast angefangen. Okay. Weil du gesagt hast, Radio und Podcast, unterschiedliche Dinge. Das ist natürlich so ein Pet-Peef, also so ein, da springe ich sehr gut drauf an. Und ja, es gibt momentan sozusagen Menschen, die glauben, das seien Unterschiede und die das auch hart tradieren, also gerade im Radiobereich. Aber das ist alles Audio. Und wir reden da momentan noch von unterschiedlichen Dingen. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben. Und ich würde nämlich für mich tatsächlich auch in Anspruch nehmen, dass ich, ich gebe noch keinen schönen Namen dafür, halt, ich glaube, Radio umfasst, umfasst halt eigentlich Podcasts auch. Also in dem Sinne, was gemacht wird. Und würde halt sagen, ich bin Audio-Macher oder Audio-Journalist oder so. Aber ich würde diese Grenze, ja, möchte ich sehr drum werben, die nicht mehr zu ziehen von keiner Seite, sondern zu sagen, das sind Audio-Produktionen, da gibt es verschiedene Formate, verschiedene Wege, die auszustrahlen. Aber letztlich geht es alles ins Ohr. So, Peppi, fertig. Ja, ich wollte dich da auch nicht triggern. Das war eigentlich mehr so als Scherz gedacht, weil in der Anfangszeit der Podcasts wurde das ja immer so wie Radio, nur halt digital erklärt. Und du hast sicher recht, die Grenzen verschwimmen da immer mehr. Und die meisten Menschen, die jetzt das Wort Podcast schon mal gehört haben, die kennen ja dann auch tendenziell eher Radioproduktionen, die ja immer häufiger jetzt auch dann sozusagen digital auf den verschiedensten Kanälen bereitgestellt werden. Von daher bin ich da sicher, dass das irgendwann vielleicht auch begrifflich zusammenschmilzen wird. Oder die Leute gleich, wenn sie das eine hören, auch an das andere denken. Okay, ja, und zurück zu den Themen, die du dir ausgesucht hast. Wir haben zwei, vielleicht sogar drei. Mal gucken, wie weit wir in der Zeit, die wir uns gegeben haben, kommen. Wir nehmen jetzt gerade morgens auf. Und darum würde ich mit dem ersten Thema, das du vorgeschlagen hast, anfangen, nämlich Kaffee. Wie kommst du zum Kaffee? Wahrscheinlich wie jeder andere Mensch auch, oder? Naja, also das Lustige ist, die eine Antwort darauf ist tatsächlich, dass ich im Nachhinein festgestellt habe, dass ich, glaube ich, im Vorhinein sehr lange mein Unterbewusstes überlegt hatte, gibt es auch noch ein Hobby, was du nicht arbeitest? Also weil relativ viel, was ich mache, ist zumindest lose mit Arbeit verknüpft. Also ich bin zum Beispiel passionierter Computerspieler, aber rezensiere auch Spiele fürs Radio. Und so ist das halt. Und ich interessiere mich für Digitaltechnologie. Und selbst der Weisheit, der Podcast sozusagen, wo ja dieser Aufruf herkam, läuft mittlerweile auch im Radio. Also das hat alles so Berührungspunkte. Und Kaffee machen ist was, wo ich mich ein bisschen reinknien kann. Und was aber null Bezugspunkt zu irgendwas Professionellem hat. Das ist sozusagen die, sagen wir mal, psychologische Erklärung, worum ich mich finde. Und das andere ist, ich trinke tatsächlich gerne Kaffee. Und bin irgendwann auf den Trichter gekommen, ich vertrage keine großen Mengen davon. Also irgendwie so Filterkaffee, große Tassen, erst mal einen Pott. Das funktioniert bei mir nicht. Und habe dann angefangen, also Espresso zu trinken. Und habe dann entdeckt, also Espresso schmeckt eigentlich nie gut. Es gibt nur sehr, 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 sehr viele Unterschiede von nicht gut schmecken. Also ich habe eine Weile da tatsächlich mich fotografiert, wie ich Espresso getrunken habe an neuen Orten. Und das Gesicht war eigentlich immer so. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, mein Bruder hat sich eine Kaffeemaschine gekauft, also eine Siebträgermaschine. Und hat da Espresso gemacht. Den fand ich leidlich bis sehr okay. So je nach Tagesform. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, also so theoretisch findest du Cappuccino schon eine gute Idee. Aber da gibt es härtere Unterschiede zwischen, also ganz oft ist Cappuccino halt Milchpumps mit Koffein versteckt. Aber lass uns mal, bevor wir jetzt durch die verschiedenen, nee, alles gut. Aber bevor jetzt durch die verschiedenen Kaffeesorten gehen, lass es doch noch einen Moment beim Espresso bleiben. Das finde ich nämlich ganz spannend. Espresso kenne ich jetzt auch eher so. Es ist ja sowieso ein Grundproblem beim Kaffee. Der riecht immer fantastisch, wenn er irgendwo zubereitet wird. Überall, wenn man durch die Stadt geht und irgendwo in so einer Kaffeebude irgendwo ist, merkt man schon von Weitem. Oder auch morgens, sonntags morgens, wenn man den Kaffee irgendwo, wenn man das Glück hat, dass den jemand für einen zubereitet und der Kaffee-Duft so einem entgegenströmt. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Geschmacklich ist Kaffee da tatsächlich kompliziert, weil Kaffee ist bitter. Wenn er nicht gut zubereitet ist, meistens auch säuerlich. Aber wenn man es richtig macht, kann man da doch diesem Gebräu noch einiges abgewinnen. Wie machst du denn, also du machst Espresso oder machst du den zu Hause auch oder gehst du dann eher irgendwo hin? Weil das ist ja auch nicht ganz unkompliziert. Nee, ich habe tatsächlich, deswegen war ich jetzt gerade da gelandet, ich bin irgendwann beim Cappuccino gelandet, weil ich das das bessere Getränk finde. Espresso hat tatsächlich, also finde ich gut, wenn ich, das hört sich ein bisschen drogig an, aber wenn man zwischendurch mal einen Koffeinshot braucht, dann ist Espresso wirklich gut. Weil der halt schnell unterwegs ist. Und was ich manchmal gerne mache, ist den trinken zu was Süßem. Also irgendwie nach, also normal frühstücken, also ausgedehntes Sonntagfrühstück, alles nochmal ganz groß und so. Und dann zum Schluss noch so ein leckeres Marmeladenbrötchen. Dazu aber den Espresso, also dass man das sozusagen miteinander hat. Dann tust du aber keinen Zucker mehr in den Espresso rein. Nee, 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 genau. Und Espresso selber bleibt aber immer so ein sehr acquiredes, so ein bisschen wie Wein. Also Wein schmeckt ja eigentlich auch nicht. Man kann sich das antrainieren und dann wird das zum Erlebnis und dann kann man Dinge unterscheiden und dann wird es auch irgendwie spannend. Aber so ist Espresso halt auch. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, dem du unvorgenommen Espresso einflößt und dann sagen würde, mh, lecker. Ja, das ist so. Oh Gott, was ist das? Das kennt man vielleicht auch von Kindern, die dann vielleicht diesen Duft auch schon kennengelernt haben und mögen, aber lange Zeit sicher keinen Kaffee trinken dürfen. Und dann denken sie irgendwann oder irgendwann wollen sie es dann auch mal probieren und wollen dann auch zu den Großen gehören und dann stellen sie fest, dass der Geschmack doch gar nicht so mithalten kann. Naja, auf jeden Fall habe ich lange dann dieses Zeug außer Haus getrunken und hat irgendwie zu meinem Glück slash Unglück direkt neben meiner Wohnung gibt es so ein kleines italienisches Kaffee, das ich entdeckt habe, die echt sehr guten Kaffee machen. Auch Cappuccino, auch mit Hafermilch. Ich mag dann irgendwie, um es noch komplizierter zu machen, mag ich keine Milch. Beziehungsweise vertrag die nicht in großen Mengen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, so eine eigene Siebträgermaschine zu Hause, das wäre doch auch gut. Und dann ist aber zum ersten Mal, man ist ja auch mittlerweile erwachsen, das erste angesprochen, so nein, irgendwie ist das doch totaler Quatsch, jetzt so ein Ding anzuschaffen für irgendwie vielleicht vierstellig Geld und dann muss man sich damit beschäftigen, das macht bist du eh viel zu faul für. Und bin da echt, ich glaube insgesamt, habe ich mich zwei, drei Jahre immer mal wieder mit dem Gedanken getragen, das zu machen. Und dann habe ich gegen Ende letzten Jahres, da brauchte ich so ein bisschen Entspannung. Manchmal ist ja so viel Stress, große Projekte. Und dann habe ich angefangen, kaffee-netz.de zu lesen. Das ist so das eine Forum in Deutschland, wo die ganzen Kaffee-Nerds irgendwie sich vergnügen. Und es ist ein sehr nettes Forum tatsächlich. Also es ist ja oft so, also ich fahre zum Beispiel auch Motorrad und ab und zu suche ich irgendwie Dinge für Motorräder, was klappert da am Lenker, wieso zieht der Tank keine Luft und dann kommst du in so ein Forum und da ist der Ton schon recht rau, also recht schnell recht rau. Das ist so die klischeehafte Forumskultur. Genau, besucht doch mal die Suche, wenn ich das schon höre. Und es gibt natürlich auch im Kaffee-Netz solche Momente, aber generell sind die da sehr wohlwollend. Und es liegt glaube ich auch daran, dass selbst die Leute, die da lange sind, erkannt haben, dass ein großer Teil der Bewegung, der da stattfindet, von Leuten kommt, die neu im Thema sind. Also die fragen, was ist denn die richtige Kaffeemaschine? Wie fange ich denn an? Worauf muss ich achten? Und dass man, ich glaube, da ist dann irgendwann auch klar geworden, man macht sich das kaputt, wenn man die Leute, die sowas fragen, halt so wegbasht. Also wenn man so Experten gegen Noobs aufmacht und deswegen hat sich da, also meine Theorie zumindest, so ein sehr entspanntes Miteinander herausgefunden. Ich habe tatsächlich nur durch Lesen sehr, sehr, sehr viel da lernen können. Und das ist auch total lustig, was, also wie man wirklich dann so Muster und Typen erkennt. Also zum Beispiel, es gibt bei diesen Maschinen, also sowohl Kaffeemühle als auch Siebträgermaschine gibt es zwei konkrete Produkte, die sozusagen das Einsteigerset sind. Und wie viele Leute sich das kaufen und wie viele Leute dann umsteigen und was die Alternative ist. Es gibt so zwei, drei Geräte, die man sich auch kaufen kann am Anfang oder die sich viele Leute am Anfang kaufen. Und wenn man das weiß und dann auf Ebay anfängt zu gucken, was wird denn da verkauft bei diesen Maschinen. Erkennst du, dass es sozusagen zwei Leute, zwei Arten von Leuten gibt, nämlich die Leute, die Upgraderitis haben, so nennen wir das wirklich. Also die gesagt haben, ich fange jetzt mit dieser kleinen Maschine an, aber jetzt will ich was Ordentliches. Gut, wenn man einsteigen will übrigens, auf solche Leute zu warten, weil die pflegen ihre Maschinen und man kriegt sie für gutes Geld. Und das andere sind, die versucht haben, das Hobby anzufangen und dann so festgestellt haben, naja, das ist mir zu kompliziert. Und nachdem ich das alles belesen hatte und mich wirklich in meinem Kaufrausch sehr zurückgehalten hatte, hatte ich dann irgendwann so, wusste ich so, okay, das ist das Setup, das du dir kaufen würdest, wenn du das machen würdest. Und dann habe ich, so weil das auch eine relativ große Anschaffung ist, nochmal mich mit der Familie beraten. Wie findet ihr das? Ist das zu teuer? Ist das doof? Soll ich das machen oder lieber nicht? Und dann war irgendwann so, du redest jetzt so lange davon und ... Jetzt mach es endlich. Nee, 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 also gar nicht so in diesem genervten Ding, sondern eher sozusagen, da du jetzt schon so lange davon redest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nur so ein Strohfeuer ist, relativ gering. Außerdem sozusagen, ich habe ja vorhin erzählt, als Hobby, das nichts mit Arbeit zu tun hat, finden wir auch gut, wenn du so ein Ding hast, was halt so ein Nerd-Ding ist, was aber überhaupt keinen Stress macht, in keiner Hinsicht. Und dann habe ich auch Zugang. Ist überhaupt eine gute Idee bei größeren Anschaffungen, dass man da nicht impulsartig entscheidet, sondern das so ein bisschen vor sich her trägt, auch mal mit anderen drüber spricht. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Für die, die sich jetzt auch durch deine Berichte interessieren, mit was für einer Hausnummer ungefähr muss man sich da an Geld auseinandersetzen? Die eine Sache, die man sofort lernt, ist, die Anschaffung ist nicht die Kaffeemaschine, sondern die Anschaffung ist die Kaffeemaschine und die Mühle. Und die Mühle ist, also wenn man unten bei den günstiger Geräten anfängt, ist die Mühle im Prinzip so teuer wie die Maschine. Wenn man teurer wird, wird das dann weniger. Also wenn du sozusagen in diesen Luxusbereich reingehst, dann werden Maschinen auch schnell 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Und die Mühlen steigen nicht so schnell im Preis. Da kann man auch viel Geld ausgeben. Aber dann ist es eher so, die Mühle kostet nochmal die Hälfte von der Maschine oder zwei Drittel oder sowas. Aber auf jeden Fall muss man da auch relevant Geld rein versenken. Ich habe jetzt insgesamt 1.000 Euro ausgegeben für alles. Also Mühle, Maschine, dann braucht man so Kleinkram, eine Knockbox, wo man den Siebträger so ausklopfen kann. Ja. Da braucht man eine spezielle Dose für, oder? Naja, das Ding ist, das ist so eine Sache, wo man so denkt, das wirkt wie so fancy Hipster-Kram, aber tatsächlich, das ist einfach eine viereckige Box und da ist in der Mitte so ein Holzstab drin. Und da kannst du den Siebträger draufschlagen und dann fällt diese Kaffeepalette, dieses Kaffeepad, was du sozusagen in dem Ding drin hast, fällt dann einfach raus. Und natürlich kriegst du das irgendwie auch anders raus, aber das ist schon unfassbar praktisch und macht diesen Vorgang sehr schnell. Sonst sitzt du über deinem Bio-Eimer, haust da rauf, musst mit dem Löffel noch kratzen, Kaffeepulver geht daneben und so. Das ist halt so ein praktisches Ding. Das ist auch nicht teuer, das hat irgendwie meiner 20 Euro gekostet oder so. Aber so Sachen kommen halt zusammen. Und ich habe mich für ein etwas teureres Modell, also es gibt so verschiedene Gerätekategorien und das ist immer noch die unterste Gerätekategorie, aber die in, naja, sehr, man kann schon sagen sehr gut. Und deswegen kostet es 1000 Euro. Ich denke, das geht auch weniger. Also wenn man mehr Bock auf Handgefühl hat beim Kaffeemachen und weniger mit Vorgaben arbeiten will. Also meine Maschine hat so einen digitalen Temperatursensor, der die Temperatur in dem Wasserboiler konstant hält. Und wenn man darauf verzichtet, dann geht es auch billiger. Ich glaube aber, wenn man mit ordentlichem Zeug ankommen will, also dieses Einsteiger-Set, von dem ich geredet habe, das ist eine Gaggia-Klassik, ist die Maschine und die Mühle ist eine Gräf CM800, heißt die, glaube ich. Und ich glaube, wenn man damit anfängt, dann sind das so 500, 600. Und dann, wenn man eine Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwie sowas kann, dann vielleicht noch weniger. Aber das ist schon relevant Geld, wenn man das machen will. Natürlich, ja. Siebträgermaschine, hattest du am Anfang erwähnt, müssen wir vielleicht die, die jetzt in der Materie sich nicht auskennen, ein bisschen erklären. Das ist halt im Gegensatz zum Vollautomaten, wo man irgendwo Boden reinschüttet und irgendwo Wasser in den Tank füllt, eben nur, in Anführungsstrichen, nur eine Maschine, die den Dampf produziert und wo man dann das Kaffeepulver in so einen Bajonett-artigen Behälter reinfüllt und da reinklingt. Und der schießt dann nachher sozusagen den Espresso da raus. Man kann sagen, also wenn ihr in einem Coffee-Shop seid, diese großen Dinger, wo die Leute diese kleinen Pfannen mit dem Kaffeepulver reinspannen, das sind Siebträgermaschinen. Und die gibt es halt nicht nur in diesem, in den Kaffee, ich hab, wir waren neulich auf der Autobahn und es gibt ja diese Kette Coffee Fellows, die so tun, als seien sie alles Baristas, aber, und die mittlerweile vermehrt in Autobahnraststätten auch funktionieren. Aha. Oder sind. Und die haben diese riesigen Maschinen, die sehen aus wie so ein Panzer mit so drei, da kannst du drei Dinger gleichzeitig rein spannen und so ein richtig mächtiges Ding. Das sieht aus wie so eine Wurlitzer, na, wie heißen die? Eine Jukebox. Jukebox, genau. Wie eine riesige Jukebox eigentlich. Und der Kaffee, also man kann ja echt auch so viel falsch machen. Egal. Das sind diese Dinge in riesigen, die gibt es halt auch in sehr kleinen. Nein, also was bei mir zu Hause steht, das ist also schon größer als eine Kaffeemaschine, aber nicht so viel größer. Ich weiß nicht, vielleicht 30 breit, 50 hoch oder irgendwie. Ich bin immer schlecht im Schätzen. Aber genau, so sieht das aus. Man hat halt ein so ein Ding und so eine kleine Lanze, wo Dampf rauskommt zum Milchaufschäumen. Genau, womit wir wieder beim Cappuccino wären. Das ist, ja, genau, also ich habe, ich rede zu viel, muss sagen, wenn ich zu viel rede. Hey, alles gut, du bist jetzt zu reden, hier. Ich habe, also ich habe beim Cappuccino festgestellt irgendwann, dass das das Getränk ist, das mir mehr liegt als Espresso, weil es tatsächlich durch das, und jetzt beginnen wir in dem Bereich, wo man, was redet der da? Aber es ist wie beim Wein, wo das Zusammenspiel der Milch und des Kaffees sozusagen einen Geschmack erzeugt, den ich tatsächlich als lecker bezeichnen würde. Genau, und da kann man sich entweder so einen Induktionsmilchschäumer holen, wo man halt die Milch reingeht, der ist auch schon, was auch total okay ist. Oder man macht halt, wenn man es auf die Spitze treiben will, kann man das auch an dieser Kaffeemaschine machen. Da gibt es so ein kleines Metallrohr und da kommt Wasserdampf raus. Und da gibt es dann so eine Technik, die man wirklich lernen muss, wie man die Milch halt nicht nur heiß macht, sondern auch tatsächlich Schaum erzeugt. Dann muss man aufwendig dieses Röhrchen wieder reinigen. Nee, tatsächlich nicht. Das ist übrigens ganz interessant. Wenn ihr in einem Kaffeeladen seid, guckt, ob das Röhrchen sauber ist. Weil wenn du das sofort machst, nachdem du gedampft hast, also die guten Kaffeeläden haben einfach einen Lappen daneben blieben und wenn die die Milch aufgeschäumt haben, wischen die einfach einmal das Rohr ab. Und weil es dann frisch ist, geht es relativ schnell und einfach. Das ist sozusagen ein Handgriff, der zur Routine gehören sollte. Wenn da Milchschmotz dran ist, nein. Rausgehen, nächster Kaffeeladen. Dann verkrusten da schon die Proteine an diesem Ding und dann entwickelt sich da so ein... Und also eine Sache, warum ich mich auch damit beschäftige, ist tatsächlich, weil die Zubereitung des Getränks so etwas Ritualisiertes hat. Du machst die Kaffeemaschine an. Soll ich das mal beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, man macht die Kaffeemaschine an. Der Vorteil, warum ich die nicht habe, weil ich ein bisschen eine teurere Maschine gekauft habe, ist, es geht relativ schnell. Also so 10 Minuten dauert das nur. Das kann bei anderen so 15 bis 20 dauern. Dann heizt es hoch. Dann misst man die Menge Bohnen ab. Auf einer extra Kaffeewaage. Auch so ein Ding, für das man Geld ausgeben kann. Misst halt die Portion Bohnen ab. Das unterscheidet sich auch, je nachdem, welche Bohnen man hat. Dann macht man... Nee, dann zieht man heißes Wasser. In die Tasse, die man benutzen will, damit sie ein bisschen aufwärmt. Dann malt man die Bohnen. Da muss man auch die richtige Mahlstufe an der Kaffeemaschine herausgefunden haben. Das ist auch pro Bohnen unterschiedlich. Dann das Pulver. Also ich male direkt rein in diesen Siebträger. Dann wird das getempert. Das heißt, man hat diesen Metallstempel, wo man das Kaffeepulver platt drückt. Und das sozusagen, also die... Was du haben willst, ist innerhalb... Wenn du auf den Knopf drückst, und das heiße Wasser kommt, zwischen 25 und 30 Sekunden soll das dauern. Und der Kaffee soll dann doppelt so viel in Gramm sein, wie das Kaffeepulver gewogen hat, was du reingemacht hast. Also wenn ich 17 Gramm nehme, 17 Gramm Pulver, sollen das 34 Gramm Kaffee dann sein. Und dass das passiert, ist eine Mischung der Faktoren Mahlgrad. Also wie fein ist das Pulver gemahlen und wie fest ist es angedrückt. Und wenn man den Mahlgrad an der Mühle an so Einstellungen festmachen kann, ist das Andrücken wirklich Fingerspitzengefühl. So, das macht man halt. Dann spannt man das rein. Dann zieht man den Espresso. Dann macht man den Siebträger raus. Klopft den Kaffee in die Knockbox, macht diesen Ausfluss sauber. Schaltet die Kaffeemaschine um, weil für den Milchschaum brauchst du mehr. Also Kaffee ist bei mir 94 Grad, das Wasser heiß. Und für Milchaufschäumen 125. Das heißt, die muss noch mal kurz hochheizen. Dann machst du den Ausfluss sauber, den Siebträger sauber, schmerzt ihn wieder ein, füllst die Milch ab und schäumst die auf, machst die Milchlanze sauber, gießt dann sozusagen die Milch in den Kaffee zusammen und dann ist es fertig. Und es dauert alles in allem, weiß ich nicht, mittlerweile bin ich da relativ schnell, zehn Minuten oder so. Und das hat was Beruhigendes. Das glaube ich. Also so ritualisierte Sachen, gerade dieser Ablauf, den du beschrieben hast, der klingt schon so, als ob man dann vielleicht noch über irgendwas nachdenkt, aber dann auch eben zur Ruhe kommt, wenn man jetzt gerade irgendwo mitten an irgendwas rumgearbeitet hat oder so. Bei mir ist es eher nicht nachdenken, weil die Griffe sitzen zwar mittlerweile, aber musst halt dabei bleiben. Also weil, was du dir mit der Siebträgermaschine nach Hause holst, ist die Möglichkeit, sehr guten Kaffee zu machen, aber auch die Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viel falsch zu machen. Also du kannst echt sehr guten, sehr schlechten Kaffee machen. Also die, während aus einem Vollautomaten oder so schmeckt der immer so gleich mittelmäßig. Kannst du, also Kaffee, der wirklich misslungen ist aus einer Siebträgermaschine, ist eine ganze Welt für sich. Das glaube ich. Also gerade die Variablen, die du nur angedeutet hast, wie Mahlgrad zum Beispiel des Kaffees, der, wie du auch erwähnt hast, dann auch von der unterschiedlichen Sorte abhängt und auch die Temperatur, an der Maschine, wie stark man das Pulver zusammen komprimiert, bevor man dann das einsetzt. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, dann das auszuprobieren oder eben auch für sich festzustellen, was dann das beste Ergebnis liefert. Ich wollte noch fragen, der letzte Schritt, dieses Milchschaum eingießen, kannst du dann auch so kunstvolle Muster gießen? Da sieht man ja mal schöne Bilder. Das Lustige ist, ich habe, wann immer man, also wann immer ich davon erzähle, dass Kaffee mache, ist das immer die Frage, machst du denn auch Latte ab? Und ich habe, ich sage immer nein, weil, ich weiß nicht, wie mich dagegen steht. Ich glaube, man kann das lernen und ich glaube, man kann auch Spaß daran haben, aber das ist, vielleicht wird mir Kaffeemacher irgendwann langweilig und dann versuche ich das nochmal zu lernen, aber das natürlich nicht. Das liegt zum einen daran, ich finde es nicht so interessant und zum anderen, wenn man mit, also ich trinke halt Hafermilch und die macht nicht so festen Schaum. Also ich glaube, das geht auch, wenn man das will und ich habe auch mittlerweile eine Hafermilch gefunden, also auch eine Sache für sich, eine welche Hafermilch ist gut in der Schaumbildung, aber hat nicht unnötige Zusatzstoffe und habe dann gedacht, mir reicht das sozusagen, dass der Kaffee gut schmeckt, das muss nichts mehr sein. Ich habe eine Weile lang auf Instagram Fotos von dem, was dann sozusagen passiert, also eine Art Kaffee-Rohrschach. Da gibt es auch ein paar interessante Muster, aber Latte-Art ist nicht so meins. Okay. Ja, es wirkt sich auf den Geschmack ja nicht aus und man hat auch den Eindruck, dass das dann eben so wirklich Geprotze ist, dass die Welt nicht braucht so, obwohl es halt auch schön ist. Genau, das Schöne, das Schöne, was ich finde, es gibt einen Japaner, ist das glaube ich, der baut richtig Dinge. Habe ich auch schon mal gesehen, so Kätzchen. Genau, und das Ding ist, das beschreibt es eigentlich sehr gut, das sieht unfassbar geil aus, aber die Kaffee-Hipster, sagen so, ne, das ist Bauschaum, das darf man gar nicht mehr trinken. Okay. Und dann so, okay, na gut. Da stößen dann die verschiedenen Nerd-Gruppen aufeinander. Ja. Okay, ja, zu Kaffeesorten müssen wir jetzt eigentlich noch mal ein Wort verlieren. Das hattest du jetzt eben gesagt, was hast du für dich ausgewählt und was hast du davor alles ausprobiert? Na, ähm, also, es gibt, ähm, also es gibt zwei Hauptsorten, mal Kaffee. ich habe mich mit Kaffeebohnen noch nicht wirklich theoretisch dazu belesen, deswegen weiß ich ja nicht so viel drüber. Ich weiß, es gibt Arabica und Robusta, ähm, und das ist eher dunkel und eher hell, glaube ich, und, ähm, für Siebträgermaschinen gilt, Robusta bringen tatsächlich robustere Ergebnisse, im Sinne von, da kann man weniger falsch machen. Mhm. Also, die verzeihen dir eher Fehler, schmecken aber auch das, was du bitter genannt hast, das heißt in Fachsprache Röstaromen, also als Euphemismus sozusagen, die schmecken eher bitter, ähm, und Arabica, also alles nur eher, nicht, nichts ausschließlich Arabica, ähm, da kannst du mehr falsch machen, also die braucht, da musst du genau auf den Punkt, äh, den Kaffee ziehen, aber die schmecken dann im Endergebnis besser und, äh, saurer, beziehungsweise fruchtiger, ähm, und ich, also die Sorten, die ich jetzt mache, oder die ich wirklich mag, sind fast alle reine Arabicas, ähm, und entweder, es gibt, also, das ist so ein Bereich, der habe ich noch nicht so ganz drin, es gibt was, das heißt dann Third Wave Coffees, also das sind dann wirklich so, nicht Kaffee einer Sorte, sondern Kaffee von einer bestimmten Plantage, an einer bestimmten Ernte, äh, okay, ähm, und, äh, sowas probiere ich aus, und es gibt, mittlerweile einen, einen Kaffee, den ich, also ich, ich probiere immer noch aus, ne, also wenn ich irgendwo eine Bohnen sehe, dann nehme ich die, ich hatte jetzt neulich, hatte ich welche, äh, hier aus der Berliner Kaffee Rüsterei, die waren kandiert, das war sehr interessant, also die waren anscheinend so, so leicht kandiert, die, da schmeckte der Kaffee auch eher wie ein Dessert, und man hatte danach Lust auf einen Kaffee, das war sehr seltsam, ähm, aber das vergleistert dir dann nicht die Mühle, wenn da Zucker mit dran ist? Ne, das ist, es ist nur ganz leicht, okay, also ich hab danach auch gereinigt, ähm, und ich bin jetzt, also ich, zwischen dem Ausprobieren, kehre ich immer wieder zum, äh, Sweet Shop von Square Malz, also Square Malz ist die Rosterei, mhm, und das ist, äh, das ist tatsächlich nicht eine Bohne, sondern das ist, der in Experimentier Range, das ist ein Blend, also die mischen meistens zwei Drittel, ein Drittel, zwei Bohnen miteinander, und der ist sehr fruchtig, slash sauer, ähm, aber zusammen mit der Hafermilch, das ist, äh, Hafermilch macht, wenn man die heiß macht, hat so ein sehr nussiges Aroma, und die beiden Sachen zusammen, das ist mittlerweile, also ich glaube, ist auch ein Acquired Taste, ähm, aber das ist mittlerweile so, für mich so die Basel, also so will ich meinen Kaffee gerade, die anderen Sachen sind interessant, und vielleicht auch lecker, und vielleicht auch mal okay, aber ich, also ich mach das noch nicht lange, seit Anfang des Jahres, aber das ist sozusagen gerade mein, meine Basis, meine Kaffeebasis. Okay, vielleicht noch einen Ausblick, ich hab jetzt vor einiger Zeit mal gesehen, auf Twitter, vom Hobby-QS war das glaube ich, Grüße an dieser Stelle, der hat seinen Kaffee selber geröstet, der ist jetzt natürlich jetzt auch in Hamburg, und kommt wahrscheinlich leichter an diesen Rohkaffee, aber wäre das was für dich noch, um dich da rein zu nerden? Nee, ähm, nee, ich glaube nicht, also ich glaube, ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit, ne, also weil die, die eine Ecke ist dieses, ähm, ich mache das, und das hat nichts mit meinem Beruf zu tun, also überhaupt gar nicht, und die Anrecke ist, dass ich kann auch eine Grenze ziehen, ne, also ich mache keine Latteart, ich will tatsächlich auch nicht selber Kaffee rösten, ähm, sondern ich bin zufrieden damit, was ich tue. Was ich mir vorstellen könnte, ist mich nochmal genauer mit zu beschäftigen, was, was ist denn eine gute Bohnen, was nicht, also, ähm, der Freund, der mir, der mich auf dieses Quermalsbohnen gebracht hat, der hat erzählt, man kann auch, also das wissen ganz wenige Leute, man kann auch an, an dem, an, wie die Bohnen aussehen, schon was über den Kaffee eigentlich sagen, und so, das nochmal zu lernen, irgendwie diese Herkünfte, vielleicht auch sich mal zu belesen, was eine Röstung, also eigentlich ist, und was da passiert, das ja, aber wirklich selber das zu Hause machen, das glaube ich, äh, eher nicht. Das sind dann wahrscheinlich schon wieder zu viele Parameter, die dazukommen. Also, um das nochmal zu sagen, also die eine Sache, die meine Maschine macht, ist diese Temperaturkonstant halten, und das finde ich für mich ganz wichtig, weil es gibt, du kannst auch eine andere nehmen, die das nicht hat, die keine Elektronik drin hat, ähm, und dann macht man Temperatursurfing, man muss also rausfinden, wenn diese, diese Lampe, die anzeigt, dass es jetzt aufgeheizt ist, ausgeht, dann noch 60 Sekunden, und dann für 20 Sekunden den Kaffee ziehen, das ist genau die richtige Temperatur, das ist mir schon zu anstrengend. Also da möchte ich, da möchte ich sozusagen, das macht, das übernimmt mir nicht anders, und das ist bei Rösten auch so, ich probiere gerne verschiedene Bohnen aus, und bilde mir auch eine Meinung, ähm, aber selber machen, vielleicht, wenn man mal nichts, also wirklich gar nichts mehr zu tun hat, aber nicht demnächst. Also es darf präzise sein, aber es muss jetzt irgendwie nicht so spielerisch sein, dass du dann jedes Mal neu tüfteln musst, wenn du den richtigen Punkt hast. Genau, ich mag schon guten Kaffee, ja, und sozusagen von dem entfernt man sich, glaube ich, wieder, wenn man selber anfängt zu rösten, und das ist mir der Abstand auch zu groß. Ja, okay, das war doch schon mal ein schöner Überblick, äh, zum Thema Kaffee. Ich hatte, äh, ich hatte vor, ich glaube, zwei, drei Jahren war ich mal auf dem, äh, CC-Kongress, ähm, und hab da die Coffee-Nerds getroffen, beziehungsweise, ähm, eine nette, äh, Dame von denen, und hatte immer schon mal vor, eine oder einen von denen einzuladen, und das hat irgendwie, ist auch an meiner, an meiner Planlosigkeit irgendwie gescheitert, aber das war jetzt endlich mal so ein, so ein Überblick, äh, der mir vielleicht auch hilft, ich hab mich da schon ewig für interessiert, ähm, da dann auch mal den ersten Schritt zu machen, das ist auf jeden Fall super. Nur, nur ein kleiner Einstieg, das ist wirklich, wie heißt das, Rabbit Hole, also das ist wirklich so ein Ding, wenn du da erstmal reinfällst, da kann man unendlich weit gehen. Ja, ich fürchte auch, das ist eine Geschichte, die dann nicht so, ähm, sofort abgeschlossen sein kann. Genau. Aber das macht ja auch Spaß, wenn man dann irgendwie, wenn man sich da weiterentwickeln kann. Okay, dann lass uns doch mal zu dem zweiten Thema kommen, nämlich, du hattest, äh, neulich aus Gründen, ähm, äh, vor große Mengen Bollo zu kochen, also Kaffee, meine Tasse fast 34 Gramm, Bollo, wir brauchen 5 Liter. Ja, aber anders kann man Bollo gar nicht kochen. Oder sollte man nicht, kann man natürlich, aber. Na, tatsächlich muss ich, muss ich meistens weniger kochen. Machst du dann nicht auf Vorrat? Das mache ich immer gerne. Naja, nee, also, es gibt bei uns Bollo, weil Kinder, ähm, und die, die Grenze zwischen, äh, boah, das ist ja krass lecker, zu, oh, was schon wieder, ist relativ schmal, und, also, wir haben auch immer in einem Bollo-Vorrat im Freezer, im Tiefkühler, aber, äh, also häufiger auf Vorrat kochen, das tatsächlich eher nicht. und das, äh, das Event, auf das du ansprachst, das war eine Geburtstagsparty, ähm, wo, also, also, der Geburtstag war an einem, also, der Geburtstag eines Kindes war, an einem Werktag, und wir wollten uns nachmittags halt, äh, mit Freunden treffen, so ein bisschen Eis essen gehen und so, und dann nach Hause noch zusammen Abend essen, und dann brauchten wir halt etwas, was schnell geht. Ja. Weil wir irgendwie, ne, nicht und so, und deswegen war ja, okay, wir machen wir Bollo, hatten wir lange nicht, Klammer auf, lange heißt mindestens eine Woche, Klammer zu, die Kinder sind sehr wählerisch, was Essen angeht, Bollo ist eines der Essen, die sie essen, ähm, und, äh, genau, deswegen muss ich dann, äh, unfassbar viel, äh, Bolognese vorkochen. Und das ist das schöne, Vorkochen ist das Stichwort, man kann Bolognese halt super skalieren, in, in jede Dimension, also, abhängig vom Topf, den man natürlich hat, ähm, und man kann es vorbereiten, es wird natürlich wie viele, äh, Gerichte, die man so vorkochen kann, dann besser, wenn man es sogar noch ein bisschen, ähm, stehen lässt. Mhm. Wie machst du denn Bolognese eigentlich? Ich wollte dich eigentlich fragen, weil du bist ja der Gast. Äh, naja, also ich, ähm, ich habe, äh, also in der Familie, bei der ich noch nicht so lange dabei bin, äh, dass Bolognese eigentlich nur so eine Art Sammelbegriff ist. Ah. Es gibt eigentlich nicht die Bolognese anscheinend. Wie Kartoffelsalat auch. Genau. Hat jeder sein Rezept. Äh, also, ich, ich hatte, ich dachte ja immer, Pizza ist das italienische Reste essen, also, so wie Soljanka, aber das stimmt gar nicht, Pizza ist tatsächlich nur ein Gericht. Ich habe in dem Verdacht, Bolognese ist das italienische Reste essen. Das kann gut sein. Ähm, ich fange an mit einer Scheibe, jetzt vielleicht, ich weiß mal, wie das heißt, diese, diese große Knolle, diese ganz frutze, Sellerie, Sellerie, genau. also eine fingerdicke Scheibe vom Sellerie gewürfelt wird angebraten und das haben wir tatsächlich erst jetzt entdeckt, dass das irgendwie das alles noch viel besser macht. und Zwiebel und Knoblauch, aber nicht zu viel wegen der Kinder. Ähm, und komme ich dir in eine Möhre? Möhre, Zucchini, Zucchini, Zucchini. Ähm, genau, das anbraten und dann irgendwann Hackfleisch. Was nimmst du für Hackfleisch? Äh, gemischtes, also bio, bio, bio aus dem Übermaß, gemischtes halb und halb, genau. Ähm, so das in Öl anbraten, ich nehme heimlich Olivenöl, das weiß aber keiner. Haben die Kinder auch was gegen Olivenöl oder? Ähm, nee, jemand anders sagt, dass eigentlich Sonnenblumenöl besser ist. Ähm, und dann, äh, und dann einfach eine, eine Packung passierte Tomaten. Mhm. Rein. Ähm, und dann würzen. Das ist auch kompliziert, weil. Kinder um Gewürze, oder? weil die Grenze zwischen so, boah, das ist aber fade und, ih, ich habe einen Pfefferkorn gefunden. Ist auch relativ schmal. Also deswegen, ich würze immer bei jedem, also ich salze immer bei jedem Gang. Also, ähm, wenn es Gemüse ist, wird das gesalzen, wenn das Hackflasch reinkommt, wird das gesalzen, wenn das Pacitische Mahn wird nochmal gesalzen. Und dann, ähm, mache ich eine Messerspitze, also ich steigere da langsam die Dosis, äh, edeldüßen Paprika rein. Ähm, äh, so zwei, zwei Umdrehungen von der Pfeffermühle. Also wir haben so eine, so eine große, so eine Holzpfeffermühle, wo halt relativ viel auch rauskommt, so zwei Umdrehungen. Mhm. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ähm, genau. Das, äh, ist, äh, ist ein interessantes Thema, äh, kochen für Kinder, ähm, ähm, mein Tipp ist halt, die Dosis an Gewürzen langsam steigern. Äh, äh, ich weiß nicht, von welcher Altersstufe wir bei dir reden, aber ich kenne das von relativ jungen Kindern, dass, äh, man quasi geschmacksneutrale Gerichte zubereitet, sonst ist sowieso jede Chance verloren, dass das gegessen wird. Bei, bei uns war auch das Problem oft, äh, sobald die frische Kräuter, also sobald grüne Sprenkel irgendwo drin waren, war schon, Oh ja. war es vergiftet. Ich hab, ich hab, ähm, als ich da neu dazugekommen bin, einmal Salat gemacht und mache bei Salat gerne so, ähm, ganz pragmatisch so Tiefkühl-Kräuter, Kräuterwischung rein. Und, äh, in der Familie wird seitdem der Ausstruck tradiert, wer hat diese scheiß Kräuter in den Salat gemacht? Ähm, genau. Ja, das ist, das ist in der Tat schwierig. Also wir haben, das Alter ist so Grundschule und Gymnasium und wir arbeiten uns langsam vor. Also mittlerweile, ne, wird sich manchmal beschwert, dass es doch gerne würziger sein kann. Ähm, ich hab tatsächlich, als ich diese Riesenportion Bolognese gekocht habe, da hab ich ein bisschen gecheatet. Da hab ich nämlich dann noch ein bisschen Gemüsebrühe reingemacht, um ein, etwas Geschmack in diese riesige Menge an Flüssigkeit zu bekommen. Was mich interessieren würde ist, also interessanterweise hab ich eigentlich keine Ahnung vom Kochen. Also gar keine, sondern bin durch die Kinder zwangsweise dazugekommen. Wenn man in Berlin wohnt, äh, und keine Neigung zum Kochen hat, muss man das auch nicht lernen. Das stimmt. Man geht aus der Tür und hat gleich drei gute Restaurants, ne? Naja, nicht nur das, sondern du hast auch auf die Hand das Essen, was halt relativ hochwertig ist. Ja, das meinte ich. Also du, du, du kannst irgendwo hingehen und kannst für passables, äh, für, für geringes Geld schon gutes Essen. Also es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man für sich selbst, also wenn man alleine kocht, ist es nicht zwangsweise billiger, als, äh, wenn ich irgendwo mir was auf die Hand hole. Ich hab das also durch, durch Kinder gelernt, ähm, indem ich einfach gefragt habe, wie, wie macht ihr denn das? Und so zum Beispiel gelernt habe, Bolognese zu kochen und dann irgendwann davon abgewichen bin. die eine Sache, die mich interessieren würde, ist, ich habe eine Theorie, ich weiß aber nicht, ob die stimmt, weil ich mich mit diesem ganzen, was passiert da chemisch beim Kochen eigentlich nicht auskenne, ich koche dieses, also dieses Anbraten am Anfang mit den Gemüsen, das mache ich relativ langsam, also kleine Flamme, äh, so, dass das so ein bisschen, ähm, glasiert wird, ne, wie ist das? Wenn das, wenn das karamellisiert? Ja. Genau, eine Prise Zucker, ganz wichtig, Prise Zucker. Beim Anbraten, Beim Anbraten, genau. Ähm, machst du das auch oder ist eher so, heiß anbraten, give it? Wie, wie, wie ist da denn die Geschwindigkeit? Das ist, äh, eine sehr interessante Frage, weil da hat sich in der letzten Zeit so ein Wandel, äh, vollzogen, äh, ursprünglich gerade bei Fleisch anbraten, war mal, ähm, die Ansage, heiß und scharf, anbraten und schnell, ähm, das, das, äh, soll auch auf den Justus von Liebig zurück, äh, geführt werden, äh, diese Chemiker, der aber auch dann nebenher noch, ähm, ähm, dieses, äh, äh, ähm, mitentwickelt hat, um, um, bestimmte, äh, äh, Mangelernährungserscheinungen in der Gesellschaft damals zu, zu beheben. der hat wohl mal gesagt, man muss das Fleisch scharf und heiß anbraten, ähm, man weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, vielleicht, äh, äh, aufgrund von, von so medizinischen Prozeduren, äh, äh, Skautarisieren gibt es ja bei Operationen, damit die Adern sich verschließen, er meinte jedenfalls, wenn man es scharf anbrät, dann bleibt der Fleischsaft im, im Inneren des Fleisches, ähm, mittlerweile ist man ja dazu übergegangen, auch im, im, in so, mit so Trends wie dem Sous-Vide-Garn, das langsam zu machen. Warte, Sous-Vide-Garn ist dieses, wo man das in die Plastetüten reinmacht oder dann in so Wassergarten? Genau, und dann in so einem Wasserbad, äh, äh, da wird es ja dann nicht, erst mal nicht braun, wobei es gibt die zwei Herangehensweisen, man gart es erst in diesem Wasserbad und brät es danach nochmal an, um diese Bräunung und die Kruste zu haben, oder man macht es umgekehrt, man brät es an, damit man dieses, diesen Geschmack hat und gart es dann durch, das, äh, da habe ich aber allerdings, weil ich diese Maschinen, äh, absurd, äh, teuer fand, bisher, äh, äh, noch nicht viel mit experimentiert, ist aber sicher eine Sache, die mich interessiert. Der Punkt ist, heutzutage sagt man, bei mittlerer Hitze, also wenn man es bei ganz kleiner Hitze macht, dann zieht es ja sofort der Fleischsaft auch raus, dann kocht man das Ganze eher, also so ein bisschen Hitze sollte da sein, aber das langsame Garen ist tatsächlich sinnvoll, ähm, weil, äh, es ist tatsächlich umgekehrt eher so, wenn man das Fleisch, äh, gerade wenn man auch ein Stück nimmt, so in die heiße, äh, Pfanne knallt, dann ziehen sich die Fleischfasern zusammen und dann wird eher der Fleischsaft rausgepresst, als, äh, wenn man jetzt, ähm, das Ganze vorsichtig und bei mittlerer Hitze anbrät und dann so langsam durchgart. Warte mal, aber jetzt, ich dachte, also das hört sich für mich so an, dass, äh, dass wir jetzt darüber reden über große Stücken Fleisch, also ein Steak. Mhm, beim Hackfleisch ist es aber ähnlich, also, weil es gibt ja keine, ähm, ähm, also dieses, dieser ursprüngliche Annahme, dass man das, diese Oberfläche versiegeln muss, Fleisch, äh, die Haut ist ja bei, bei dem Stück Fleisch meistens ab, also man macht jetzt ein Schweinebraten. Man hat im Grunde immer mit dem Fleischfasern zu tun und ob man da jetzt ein Hackfleisch nimmt oder einen Schnitzel oder so, da, da tut sich nichts dran an der Methode, wie man es jetzt zubereitet. Das ist viel interessant, weil da habe ich es instinktiv richtig gemacht, weil, ähm, weil ich, also ich mache erst das Gemüse und wenn das fertig ist, tue ich das Fleisch dazu, also wenn das fast fertig ist, das Fleisch dazu und gehe dann auch mit der Ritze. Aber meine Frage bezogen ist ja richtig auf das Gemüse am Anfang, also du das Gemüse andrätst. Das Gemüse, ähm, ich würde es tatsächlich umgekehrt machen, das Gemüse kann man natürlich auch, ähm, an, anbraten. Ähm, das gibt ja dann ähnlich wie mit dem Löffelchen Zucker, karamellisiert ja der Zucker dann in dem Gemüse, aber, ähm, und, und, und du nimmst ja dann den, 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 den Knollensellerie und, äh, Karotten, da ist es auf jeden Fall super, weil das Wurzelgemüse hält das aus. Ich nehme zum Beispiel für meine Bolo Staudensellerie, also die grünen langen Stiele, ähm, die würde ich jetzt, kann man sicher auch, aber würde ich jetzt nicht anbraten, sondern gebe die dann eher nachher zum Fleisch dazu. Mhm, mhm. Und, äh, geil, wir können jetzt, wir können jetzt an dieser Stelle einen unfassbar krassen Streit vom Zaun brechen. Staudensellerie und so, genau, und so schreiend auseinander gehen und hätten dann das große Bolo-Schisma der deutschen Podcast, vielleicht lassen wir das auch lieber. Hashtag Salary Wars. Genau, Salary Wars. Ähm, okay, also, das heißt, aber machst du die Möhren dann auch später rein? Nee, also, tatsächlich ist, ich mache zwei Stufen, ich nehme ja auch Zwiebeln, Karotten, ähm, auf der einen Seite, die kann man entweder, wie du es machst, äh, am Anfang reintun oder, äh, beim Anbraten zum Fleisch dazu, das ist jetzt, äh, eine Sache eher philosophischer Natur und dann eben so, eher, äh, wässrige Gemüse wie den Staudensellerie, den tue ich dann später dazu, weil, ja, der soll halt auch dieses frische, grüne, knackige Aroma ein bisschen behalten. Das geht ja beim Anbraten, beim Rösten eher verloren äh, und, und dann hat man eher diese kräftigen, karamellartigen Geschmackstöne so. Mmh. Ähm, von daher. Nimmst du auch passierte Tomaten? Oder ist das, ist das eigentlich bad? Nee, also, ich hab, ich hab, nee, nee, das, äh, also Dosentomaten ist ein guter Punkt, weil tatsächlich da, wenn man jetzt sagt, ich nehm einfach frische Tomaten, weil ich koche gern mit frischen Zutaten, ist nicht, in dem Fall nicht unbedingt der beste Weg, weil die Dosentomaten, äh, die Tomaten, die in die Dose kommen, die werden ja zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet, äh, äh, und, ja, die, die bringen halt auch noch mal einen anderen Geschmack mit, also, die sind ja so dann auch etwas säuerlicher, ähm, und, und von daher, weiß ich nicht, ob man sich so einen Gefallen tun würde, wenn man frische Tomaten nimmt, und ob das jetzt die ganzen eingedosten Tomaten sind, oder die gehackten Pizzatomaten, hab ich oft genommen, weil bei diesen ganzen Tomaten hat mich gestört, dass dann immer diese, diese Stielansätze da so mit drin sind, und auch meistens mehr Schalenstücke noch mit drin sind, oder eben passierte Tomaten, ähm, in der Regel wird ja Bollo relativ lange köchelt, und dann zerfällt das eh alles, also es wird am Ende, im Resultat erkennst du vielleicht gar nicht mal, was da reingekommen ist, äh, also bei den Dosentomaten hast du vielleicht eher mal ein Stückchen noch drin, als bei den passierten passiert das natürlich nicht, ähm, aber ich tue auf jeden Fall beim Braten auch noch einen großen Löffel Tomatenmark dazu, weil der dann auch Bindung gibt, noch nachher in der. Inwiefern Bindung? Ähm, weil das ja konzentrierte Tomatenmasse ist, und die zieht sich sozusagen aus der Umgebung dann wieder Flüssigkeit zu, ähm, und quillt auf, und das ist dann nachher, äh, sozusagen gibt das so eine sämige, äh, Konsistenz. Und noch ein anderer Trick, äh, den ich dir mitgeben möchte, obwohl, ah, mit dem Vorangegangenen natürlich wieder nicht gut, einen Schuss Milch tut der Italiener oft rein. Ach, wirklich? Ja, der soll dann diese, diese leichte Säure von den Dosentomaten wieder abfangen und auch ein bisschen Bindung geben, also einen Schuss kalte Milch, vielleicht hast du das schon mal irgendwo gehört, man will, äh, diese ganz feinen Soßen werden ja mit einem Stück kalter Butter aufmontiert, heißt das, ähm, das heißt, es gibt dann eine ganz leichte Bindung, ähm, dann entsteht so eine, so eine Fett- Flüssigkeit-Emulsion und diesen, diesen Effekt nimmt man dann bei der Bollo mit einem, mit so einem ganz kleinen Schuss kalter Milch, ähm, wird eine ganz andere, rundet das Ganze sozusagen ab. Aber wenn du keine Milch magst, ist das vielleicht nicht so der ideale Tipp für dich. Naja, ne, also Milch ist bei mir, ich weiß nicht genau, ich bin nicht laktoseintolerant, aber es ist so, wenn ich, wenn ich große Mengen, äh, also und wenn ich meinen Kaffeekonsum nehme, dann handelt es sich da aber um große Mengen, ähm, das ist nicht so gut, aber ich glaube, einen Schuss Milch in der Bodo könnte ich zumindest mal versuchen. Genau, ansonsten, äh, mein, mein Rezept ist da ganz ähnlich, ich habe übrigens mal eine Sendung auch zu dem Thema gemacht und sogar habe ich eben, äh, in der Vorbereitung festgestellt, ein Video, werde ich halt nochmal einen Link hier in den Notizen zur Sendung reinsetzen, ähm, was ich neuerdings auch noch mache und auch durchaus empfehlen kann, womit man sich den einen oder anderen Brühwürfel sparen kann, ist, man bekommt ja beim Metzger häufig dann auch sehr günstig diese Rinderbeinscheiben und bevor man irgendwas macht, eine oder zwei davon unten in, auch in Olivenöl oder in anderem Pflanzenöl, äh, schön kräftig anbraten und dann quasi mit der üblichen Bolo-Routine mit Gemüse, Hackfleisch, Tomaten weitermachen und das richtig lange köcheln lassen, und dann hast du im Grunde nämlich in, in deiner Soße eine, äh, Rinderbrühe noch gekocht und das gibt dann nochmal, äh, eine richtig deutliche, äh, Verstärkung des ganz Gesamtgeschmacks. Was sind Rinderbeinscheiben, also aus dem Knochen oder? Ähm, Rinderbeinscheiben ist im Grunde so ein Querschnitt durch das, durch das Bein, da ist außenrum so ein Fleisch und innen drin ist dann, der Knochen und innen drin ist nochmal das, äh, äh, ähm, und, äh, sowohl das Fleisch als auch der Knochen als auch das Mark gibt dann eben unterschiedliche Arten von Geschmack nochmal ab. Oh. Und, äh, klingt jetzt erstmal nicht sehr sympathisch, aber ursprünglich war das Ragout Bolognese auch eher mit, mit, äh, also mit so geschmortem Rindfleisch, äh, hergestellt, also die Variante mit Hack ist wahrscheinlich eher der, ähm, italienischen, äh, äh, Restaurantkultur zuzuschreiben, die dann irgendwann nach Abkürzungen im Zubereitungsprozess, äh, gesucht hat, weil so ein, so ein, so ein Fleisch richtig schmorenlange, das kostet natürlich Zeit und eine Bollo kannst du im Grunde, äh, auch in 10 Minuten oder 15 Minuten fertig machen, halt, wenn du es dir nicht aufwendig machen willst. Mhm. Was, was gerade, wenn man für Kinder kocht an einem Werktag auch häufig der Fall ist. Natürlich, klar, das ist jetzt auch, sind so Spielereien, die ich jetzt, wie, ähnlich wie du beim Kaffee, ich wollte gerade sagen, mit bestimmten Standardgerichten dann mal so mit der Zeit entwickelt habe. Sehr, sehr gut. Ich bin ja froh, dass ich sozusagen das auf einem soliden, ich komme bei einem Kochen echt manchmal vor, wie so ein, vielleicht kommt jemand an so die Tür rein und sagt, der kann doch eigentlich gar nicht kochen. Haltet ihn fest. Genau, haltet ihn fest. Dieser Betrüger, dieser Vortäuscher, aber, solange es gegessen wird, knocking on wood. Ja eben, und ich finde beim Kochen, man kann da mit relativ wenig Aufwand schon ganz gute Sachen, also nimm einen Salat, ne, da musst du gar nicht viel reintun, der funktioniert schon, es sei denn, du tust jetzt irgendwie einen Pfund Salz rein, es gibt auch Menschen, die Wasser anbrennen lassen, sagt man immer so schön, aber ich stoße häufig so auf diesen Punkt, dass das dann angenommen wird, man müsse da irgendwie die feine Kunst draus machen oder es müsse sehr komplex und kompliziert sein, um zu schmecken, aber nimm einfach ein Spiegelei, das funktioniert ja auch schon, also man kann Essen zubereiten, ohne irgendeine Art von Meisterschaft vorher vorweisen zu müssen. Ja, das ist glaube ich dann wieder so dieses Experten, Experten gegen Anfänger Ding, was manchmal tradiert wird, weil manchmal wird im Kochen ja so ein großes, so ein großes Brimborium gemacht, mir ging das sehr lange so, dass ich mich gar nicht getraut habe, das überhaupt zu machen, was auch ein bisschen daran liegt, dass ich ein Algorithmus Mensch bin, also ich hätte bei Dingen eigentlich gerne klare Anweisungen, also beim Kaffee finde ich total hilfreich, diese 25 doppelte Grammzahl, 25 Sekunden doppelte Grammzahl Regel, finde ich total hilfreich, weil dann habe ich eine Baseline, wo man sich annähern kann und das hilft tatsächlich. Wenn du eine neue Bohne hast, gehst du erst mal dahin, dass du diesen Wert erzielst, also auf einer ganz rein mechanischen Ebene und das ist immer eine gute Baseline, um dann rauszufinden, was diese Bohne wirklich will. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch Bohnen, da habe ich entdeckt, das lohnt sich nicht, diese sehr fein malen zu lassen und deswegen habe ich sie lieber ein bisschen gröber gemalt und habe dann 40 Gramm statt 34 gezogen in 20 Sekunden. Und das war auch gut. Ja. Aber ich würde, ich brauche am Anfang sozusagen dieses Ding, wo mir jemand ganz genau sagt, wie es geht. Und deswegen, ich finde auch Kochrezepte oder habe sie immer schlimm gefunden, wenn man, wenn die sagen, ja dann, also im Prinzip bin ich schon überfordert mit einer Prise Salz. Was ist eine Prise Salz? Was ist ein Teelöffel? Ich habe wirklich im Bookmark so eine Umrechnungstabelle, Teelöffel, also diese Löffel-Einheiten, Messerspitze in Gramm. Weil wenn ich keine Ahnung habe, will ich es ganz genau wissen und wenn ich das ganz genau gemacht habe, dann kann man gerne sozusagen davon abweichen. Aber ich brauche es am Anfang ganz genau. Kann ich gut nachvollziehen und ich erinnere mich da so ein bisschen an Tim Pridlove. Der hat das vor langer Zeit, mal ist mir aber so im Hinterkopf geblieben, gesagt, dass er Kochen aus genau dem Grund nicht mag, weil es so viele Unschärfen hat und man ist eben, ja, eben, er hat das eben auch gerne genau und ich kann das gut nachvollziehen und es gibt ja auch Bereiche beim Kochen oder beziehungsweise Backen ist da ein gutes Beispiel. Da gehen Sachen auch unheimlich schief, wenn man sagt, ich nehme mal so eine halbe Packung Mehl und dann nehme ich ein bisschen Wasser dazu oder Milch oder ist auch egal, dann bekommt man in der Regel kein besonders schönes Gebäck, es sei denn, man ist jetzt so erfahren, dass das auch diese Wiegemechanismen im Handgelenk so integriert sind. Aber ich verstehe sehr gut den Punkt und da muss ich sagen, es hat ja in den letzten Jahren viel Entwicklung gegeben. Es gibt vor allen Dingen in den USA begegnen das immer wieder Menschen, die dann auch mit wissenschaftlichen Methoden an das Kochen rangehen, weil viel ist da auch einfach ungeklärt. Also man weiß zwar, wenn man ein Ei in die Pfanne haut, dass das dann irgendwann gebraten ist, dass das Ei klar sich weiß verfärbt und so weiter, aber die ganzen komplexen Prozesse, die dann bei solchen Kochprozessen passieren, die werden gerade erst so erkundet und erforscht und daraus fallen dann hin und wieder auch wieder gute und zuverlässige Hinweise, die man beim Kochen dann anwenden kann. Auf der anderen Seite, um da auch ein bisschen die traditionellen Sachen noch zu schützen, letzten Endes muss es ja für einen selbst schmecken und wo du jetzt auch von diesen Nerdkulturen sprichst, die dann sagen, man muss ein Ei zwei Minuten lang so braten bei der Hitze und so. Wenn du aber zu den Leuten gehörst, die lieber das Ei schärfer angebraten mögen oder der Dotter muss gar nicht mehr flüssig innen drin sein, weil es gibt ja auch genug Menschen, die das eklig finden, dann machst du es einfach so, wie es dir gefällt. Darum, ich stoße häufig auf Leute, die sagen, ja Entschuldigung, ich mache das so und so und ich sage immer, aber du kochst es doch für dich und nicht für mich. Also es sei denn, es ist so, aber ich bin da eigentlich sehr, sehr tolerant, weil letzten Endes kocht ja jeder für sich und es muss für jeden zu Hause funktionieren. Und wenn man halt keine Hühnerbrühe kochen will, sondern einen Löffel Pulver dann in Wasser rührt, dann ist das vollkommen okay. Ich sage, bevor man gar nicht kocht, dann macht man es halt so. Noch mal zum Kaffeekochen zurück zu kommen, das gibt es da auch. Es gibt hier in Berlin einen Laden, der ist legendär dafür, dass sie gesagt haben, so nein, bei uns gibt es keine Milchkaffeegetränke, das geht gar nicht. Und sie haben sich auch komisch angeguckt, wenn du Zucker reingemacht hast, da gab es dann nur einen ganz bestimmten Zucker. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass man Cappuccino trinken darf, aber den kriegst du dann nur von einer Bohne, darfst du auch nicht selber entscheiden. Und diese Haltung, ich hatte neulich Freunde hier, wo ich natürlich sozusagen, hier ein neues Ding, ich will euch einen Kaffee machen. Da war ich so, darf ich da Zucker reinmachen? Ist das erlaubt? Und ich so, bei mir ist das egal. Also ich kann sagen, so und so schmeckt mir der am besten und dann kannst du das ausprobieren oder nicht. Also trink deinen Kaffee, wie du willst. Und ich finde, das ist immer total wichtig. Und das ist auch, das ist so ein gesamtgesellschaftliches Problem, um die ganz große Kurve noch zu nehmen. Ich würde mir viel öfter wünschen, dass Leute, die Ahnung haben, sagen, ich habe durch jahrelange Erfahrung festgestellt, Folgendes funktioniert recht gut. Versucht es doch mal. Aber macht euer Ding. Wenn das eine grundsätzliche Einstellung für Dinge ist, ich glaube, dann wäre die Welt viel besser. Ich glaube auch. Es ist aber leider so, dass eben in unserer Kultur, wahrscheinlich auch weltweit, das sich so etabliert hat, wenn du so eine bescheidene und so eine zurückhaltende Meinung zu Dingen hast, dann wirst du halt auch nicht in die Fernsehsendung eingeladen. Du musst derjenige sein, der sagt, so macht man das. Ich bin derjenige, der euch erklärt, wie. Und dass sich das so langsam mal umschwenkt, fände ich in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen sehr sinnvoll. Aber vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Also vielleicht kommen wir über das Kochen dann eben zur Weltrettung. Kocht mehr, trinkt mehr Kaffee, aber macht, wie ihr es wollt und die Welt wird besser. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wir haben auch eine Stunde, glaube ich, ziemlich genau erreicht. Naja, ein bisschen weniger. Darum lasse ich dir jetzt der Weisheit letzter Schluss. Wenn ich das mal aus deinem Format klauen darf. Das letzte Wort bleibt Markus Richter. Oh Gott, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet und vor allem hatte ich es doch gerade schon gesagt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Trinkt euren Kaffee, wie ihr wollt. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne. Danke. 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 Danke.